ja meine freunde wonach sieht es aus nach escape from tarkov und was soll ich sagen ich gehe gleich bei twitch online ihr könnt das sehen bei youtube oben rechts bei meinem titel könnt ihr draufklicken auf twitch da gehe ich in wenigen minuten gehe ich online bei escape from tarkov endlich ist an der zeit eigentlich nur die ansage also seid dabei und schaut mir zu und interagiert mit mir quatsch mit mir ab in den chat und lasst uns ein wenig apokalypse feeling zocken und hast du nicht gesehen ich weiß gar nicht wie das ausdrücken sollte ich bin so begeistert dass ich euch daran teilhaben lassen kann und endlich streamen darf ja ich habe noch ein bisschen stuff das muss ich aber jetzt auch wieder ein bisschen auffüllen alles die letzten tage bisschen mau geworden also seid dabei meine freunde und ich denke wir sehen uns gleich